Ja, das ist so, ne? Man ist weltberühmt, man, ja wie soll ich sagen, ist weltberühmt und dann kommt sowas. Ja, dass man die Tour absagen muss, ist in der Zugsklinik und wenn man dann berühmt ist und ein bisschen Geld in den Pfoten hat, dann muss man auch Drogen nehmen, wenn man dann irgendwie in einer Band ist. Und genau das finde ich scheiße. Warum? Ja, fahr doch zu! Warum bleibt man einfach nicht normal? Ich verstehe es nicht. Warum grenzt man jetzt so? Tschüss!